Ladies and Gentlemen, Willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy X Hard A Remaster In der letzten Folge haben wir hier auf Kirika Island, oder am Kirika Hain, haben wir den Gegner Küsschen besiegt. Wow, lange dann wurde es ja. Also wenn man schon merkt, dass man die Gegner so vernichtend besiegt, merkt man okay, man ist schon ein bisschen overleveled, würde ich es nennen. Aber, ganz ehrlich, ich finde das gut gelöst, weil einfach, naja, wenn man jetzt nicht von sich besiegt bekommt, dann hat man halt der Soppeltanate. Klar, irgendwann bringt das einen auch einen Scheißdreck, weil du schon, ähm, hier, naja, sagen wir nicht schnell. Trotzdem, wenn du wirklich da rauskriegst, mehr Nachmittag daraus beziehst, also eine Erfahrung, aber man bekommt wenigstens doch noch etwas. Ich habe auch noch mal nachgeschaut, die Items verdoppeln sich auch. Hätten also jetzt, hätten wir, ähm, Valfarys benutzt, hätten wir doppelte Items rausbekommen, also mehr Ausrüstung und, ähm, zwei MPs. War ich mir jetzt nicht mehr so ganz sicher, war ein Fehler. Kann man hier bitte jemand sich um Mimchen kümmern? Da kriegt er ein bisschen sehr auf die Schnauze. Und du machst jetzt mal den hier weg. Sehr schön. Okay. Du verteidigst. Und gehst dann einmal bitte für Titus rein. Er fickt das von Titus aus so rum. Ähm, komm, hau mal Medica raus. Der arme Wacker kommt sicher schon vor dem Gift. Und der macht dann aber die Killabine weg. Sehr schön. Oh, sehr schöner Schiff. Ja, das klingt komisch, aber ich freue mich da gerade teilweise echt, dass Titus Schaden kriegt. Einfach, ähm, wenn man Schaden kriegt, wird sich die Ekstase aufbauen. Bei Titus ist es halt wichtig, dass er auch die Ekstase benutzt. Sehr schöner Schaden. Ähm, bald haben wir auch schon die, könnten wir auch die schon vernichten besiegen, aber, naja. Hier kümmern wir uns jetzt erstmal, dass wir hier entlang kommen. Uh, was ist denn hier los? Okay, die sind geweiht? Uh. Ah, okay. Hey. Hallo, Kinder. Dann zeigen wir mal, wer der noch ein Ritter ist. Hä? Hey. Hallo? Hallo? Okay. Hier speichern wir nochmal. Und investieren auch nochmal die zwei Level, die wir haben. Äh, was haben wir hier? Zeithebel, ja. Äh, nein. Wir gehen hier entlang. Wir müssen auf jeden Fall nochmal hier kurz leveln. Das ist auf jeden Fall jetzt wichtig, dass wir das nochmal haben. Wieder Statuswert ist wichtig. Okay. Mehr Angriffskraft und mehr HP. 200 HP. Okay. So, du. Du bekommst hier Sammeln. Gönn dir mal. Oh, wir haben bald keine Abilities-Faroid mehr. Haben wir nur noch einen. What? Du gehst bitte hier hin. Ja, Wunders-Faroid. Easy going. Krats-Faroid haben wir auch verdammt wenig. Das gefällt mir nicht. Gut. Damit haben alle gelevelt. Und nochmal kurz hier ran. Und es geht weiter. Oh oh. Was geht hier ab? Oh nein. Eine Schuppe von Sin. Das ist ganz und gar nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Als allererstes. Passt. Vielleicht mal dann. Was? Okay. Dann berieseln wir ihn nochmal mit Feuer. Was? Dann werden wir die Magie erstmal los. Ja, verschwindet hier. Sorry, Wecker. Aber. Muss mal ganz kurz raus für Kimari. Seufster. Du sammelst bitte mal. Sammeln. Sammeln, glaube ich, erhöht die Magie an die Zauberabwehr. Sammeln, glaube ich, erhöht die Magie an die Zauberabwehr. Und tschüss damit. Wie ich sagte. Tschüss damit. So, jetzt aber. Feierab. So. So. Luna einmal bitte rein. Du verteidigst bitte erstmal. Und du was bitte hast auf Lulu. Auf Lulu. Ich denke, werde ich mehr Zauber gebrauchen. Es kommt schon Feuer. Na, na, na. Ja, super. Und da zeigt er sich doch. Ähm, du heilst bitte mal... Tidos. Das kann er gerade rufen. Und der kann mal nicht mehr mal angreifen. Und du machst mal ein bisschen Feuer unterm Arsch. Danke, Schnoggi. 50 kräht. Okay, noch Schaden. Uh, schöner Schaden. Und jetzt, er ist bei 500 HP. Ihr wisst, was das heißt. Es wird Zeit für eine Solaris-Struppe. Boah, ja, das wird lustig. Verdammt, schon wieder vergessen, die schnelle Animation einzufügen. Mist. Alles klar. Dieses Vieh wird leiden. Ekstase. Solaris-Strahlen. Zeig, was du drauf hast, Vahres. Vernichten wir diese Sin-Struppe. 2.171-Strahlen. Und tschüss. Vernichten. 2.171. Sehr schön. Verschwinde, du darfst viel. Gott sei Dank, das ist weg. Nein. Oh. 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 Sorry about that. Hope to break you in a little slower. Buh. Buh. Being a Guardian's tiring. You handle yourself pretty well. You got talent. Oh, Monko. Oh. Okay. Alles klar. Oh. Oh, nein. Das wäre ein krasser Ruin. Und ein Blindwappen. Ah, aber die Quappen haben wir doch schon. Das ist doch das für Lulu. Ah, ja. War ein guter Kampf. Okay. So, äh. Sie haben Fienden in Zanarkand auch? Nur ein paar. Es ist ein großes Problem, wenn man aufhört. Okay. Hey. Seit einer von euch glaubt mir über Zanarkand auch. Ich habe gedacht, vielleicht sind die Menschen, die Zanarkand nicht sterben. Vielleicht sind sie durch den Zeit. Wie ein Tausend Jahre durch den Zeit. Und dann ein Tag. Vielleicht sie einfach zurück. See? Wunderbar. 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 Du hast eine Theorie nach der anderen. Bevor sie die einfachsten Wahrnehmung. Wunderbar. Zanarkand nicht die Chapelle. Oh. 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 Knallhart. Aber sie hat recht. I... I could never be what Chape was. Well. Stuff happens. Best not to worry. Waka. Waka. Und Waka's Bruder. Chapu. Something had happened between them a long time ago. I was sure of it. Well. Whatever it was. It was none of my business. That's for sure. Best not to go there. Yeah. In alten Geschichten sollte man sich nicht vertiefen. Uh. Der nächste Tempel. Der Tempel von Kilika. Dann schauen wir uns doch einmal hier auf Kilika um. Oder er sagt im Tempel von Kilika. Hallo? Oh. Oh. Ich war gerade bei der W-A-S-D Steuerung nicht bei der Faltasten Steuerung. Oh. Ich war gerade bei der W-A-S. Oh. Ich war gerade bei der W-A-S-Dよね. Ich war gerade bei der W-A-S-Dcession. Ja. Ich war gerade bei der W-A-S-D W狼. Ich war gerade bei der W-A-S-Dition. Oh. 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 Leute. Es ist zu schlecht, dass dein Bestes nicht genug genug ist. Warum schau dir sogar aufschauen? Diese Zeit haben wir gewonnen. Hm. Oh, spiel weg. Erinnern, sogar Kinder können spielen, Junge. Ich sehe dich in den Finals. Was für arrogante Arschlischer. Wir haben sie. Du kennst das Team? Man setzt Menschen auf. Sie sind so schlecht wie mein alter Mann. Aber Herr Jekt war ein wundlicher Mann. Naja, nicht mein Jekt. Äh. Auch zehn Jahre nachdem er verlassen hat. Einfach über meinen alten Mann hat mich angreif. Hm. Aber vielleicht war das nur mein Weg, ihn zu halten. Näh. Näh. Wir werden wohl alte Wunden aufgerissen. Nicht nur bei Wacker und Lulu. Okay, da sind wir also im Tempel von Kilika. Und Timon Sieg setzt wieder ein. Speichern wir aber erstmal hier. So. Und was jetzt? Oh stimmt, wir wollten hier für den Sieg beten. Machen wir das nochmal. Wer ist denn das? Ja. Ich bin ich from the Isle of Besaid. Da. Ja. 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 Ich bin ein Rappel. Wie ich erinnere mich, Lord Braska hat nur zwei Garten. Qualität über Quantität, mein Lieber. Was hast du gedacht? Ich habe nur einen Garten. Right, Bartello? Ich habe nur so viele Garten, wie es Menschen, die ich vertraue. Ich vertraue alle mit meinem Leben. Ich habe nur so viele Garten. Es ist eine Freude und eine Ehre. Auch weniger als meine Vater. Natürlich. Ich würde nie denken, ob deine Fälle zu fragen. Also, Frau Donna. Ich frage dich. Bitte lasst uns in Frieden. Du, was du willst, Bartello, wir gehen. Weise Worte. Ein Garten ist jemand, den ein Summoner auf kann. Jemand, den sie mit ihrem Leben vertraut. Ich fragte mich, hat Yuna das so über mich gefühlt? Was ist sie überraschend? Was ist das so über die Fälle? Für so ein Taters Altar. Wahrlich wahr so ein wahre Wort drin. Okay, dann gehen wir wohl in die FW-Fone. Los geht's! Die Hoffnung? Aber erstens, der Kloester der Versuchungen. Kamari, Wakka, bereit? Strengthen, alle! Hey, was gibt's? You're not a Guardian yet. Um, we'll be back as soon as we can, okay? Oh, sure, soon. Like tomorrow soon, I bet. We can't go back. Okay, we're here. Okay, let's wait here. Oh, he's also good. Where's Yuna? Then why are you here? Hey, I'm not a Guardian, so I'm not supposed to go in, right? Hmm, not a Guardian, you say? Okay? That doesn't like me. Hey, wait! Let me go! Go! Hey! What's a big idea? Just a little game. Huh? This is bad. Really bad. I don't like that. Come on, go up! Go up! Go up! Yeah, super. We're trapped here. We have to continue. Is that a... Only Guardians allowed. I'm sure no Guardian. Well, I guess it's too late now. Hmm. Ich meine, wir wollen eben von Donner hier reingeworfen. Uns trifft keine Schuld. Und wir sind wieder in den Hallen der Prüfungen. Und so, da gibt's hier diesmal kein Spirit von Vesey, sondern von Kiligar. So. So. So, den nehmen wir dann wieder mit, damit das Feuer erdicht. Okay. Und wir haben dann hier... Okay. Haben wir hier ein Spirit? Ja, da ist das Spirit in Siegen. Können wir den jetzt einfach hier reintun? Können wir? Bringt uns aber nicht weiter. Okay. Was ist, wenn wir denn hier reintun? Und in Sphäoid in Kienika? Und in Sphäoid in Kienika? Erstmal hier rein tun. Ah, ein Zeichentopf auf. Okay. Dann müssen wir wohl das wieder ausnehmen. Okay. Schlägen wir den mal wieder zurück. Symbol berühren. Und hier geht es weiter. Kleiner Dreck, wenn wir jetzt hier drauf gehen, ist der Altar hier. Den Sphäoid in Signia werden wir aber dann brauchen. Und wir müssen immer noch den Sphäoid Fraktura finden, weil es auch hier wieder einen Schatz zu finden gibt, den wir auf jeden Fall finden wollen. Okay. Okay. Was machst du? Jetzt fähre ich den Kili-Kator jetzt erstmal hier rein. Und dann schieben wir den Altar durch. Erstmal da. Na. Ich finde das ist eine grautvolle Steuerung zum Altar steuern. Na. Oh Gott. Na. Ja, geht doch. Boah, das ist so eine grauenvolle Steuerung, die wir jetzt mal richtig hinkriegen. Boah, das ist so eine graufe verticale Boah. sehr schön steck mir den mal da rein eine tür geht auf und der firefirst ist gestoppt es glaubt es ist an sich schon so viel vorbei aber wir brauchen noch etwas ach jetzt sind die kilika drin gut stecken wir den mal zurück gut ich kann mich noch daran erinnern wie das hier war das ferroid nehmen so ich meine hier muss nur noch ein kilika rein ja ja damit ist es frei hier kommt der kilika rein das brennt wieder jetzt aber noch nicht hier wegnehmen und durchgehen weil dann ist die dann ist die halle der prüfung vorbei wir nehmen jetzt hier noch den frakturer und setzen den jetzt ein wo der altar runter gegangen ist wo wir den einen von kilika her haben einmal einsetzen und das zeichen erscheint und wir haben den schatz von diesem tempel und das ist nichts anderes als ein roter weiß so jetzt können wir hier den spherroid nehmen und können hier durchgehen so das war ich noch gerade aber ich glaub das ja komm dann häng ich noch eine volle hier dran gut wie gesagt dann unterbreche ich jetzt hier und wir sehen uns beim nächsten mal bis dahin tschüss tschüss